...Eliminieren und Rückkehr zur Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Hass kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel. Direkt voraus. Mir folgen. Verstanden, Commander. Statusbericht! Sag General Solo, das wird dauern. Wenn es was zu berg... Vorsicht, Commander. Einzelziele auf dem Weg voraus. Wenn das hier vorbei ist, schlafe ich ein paar Tage durch. Ich sehe zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere patrouilliert am gefallenen Kampfläufer. Unter Arbeit, Agent. Wir übernehmen. Sie haben uns entdecken. Angelegen. Ein Ziel. Feuer frei! Es ist vorbei. Bunker gesichert. Schlafen, ich sehe zwei Zwiebel mit. Hinten. Bunker gesichert. Trainer sind ja auch alle Pfläufer. Aber es wird wieder in der Welt passiert. Noch mehr Rebellen, auf mein Signalwagen. Ja, Kommandant. Schnellen Sie auf! Ich hab Sie mir! Feinbesucht! Elteverluste! Scan nach Bedrohungen. Wach, Alter! Dann schalte Sie auf! Schraub dich von der Seite! Ja! Ich halte mich! Schweren Verluste! Kommander, Rebellenverstärkung nähert sich. Feuer frei, alle Ziele neutralisierst. Ja, Kommander, verstanden. Das war's. Sammeln und bereit machen zum Abbrücken. Los, sammeln! Versichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur Thai-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen zur Plattform 4 und diese Thai-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zur Corpus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Kommander. Agent Hask, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Kommander. Stelle sie jetzt durch. Admiral, der Entferner-Trupp verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corpus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war patent. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen. Mal wieder. Nein, dahinter schweckt sich. Die Rebellen waren in Unterzahl unschlecht bewahrt. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Komm, Armand, lass es nicht. Darf man freisch machen. Nur zu. Wir sind zwar allein ein, aber das klang fast wie parat. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Parat. Vorsicht, Kommander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Nico. Wir kümmern uns darum. Ich habe Sichtkontakt zur Patrouille. Wir sollten Sie da... Feuer! Schalten Sie auf. Wir sind nicht auf. Den Kopp oder den Fettkopf! Teil neutralisiert. Commander, da ist ein Rebellen-Hinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Was? Los! Gefahrenanalyse. 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 Appellieren imperialen Truppen sind fliegt wie hart mit den... Attackiere den Töten! Kalt, halt auf die Tür! Attacke! Kalt, halt auf die Tür! Drei Fällen, Offizier! Zurück an Bord! Wir sind fertig. Agent Mikro, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Haas, bevor wir vorwinden. Auf dem Weg! Agent Mikro, Lagebericht! Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wir müssen hart anpassen, das Ding zurückzuerobern. Wir scheinen bereit zu sein. Troppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Rebellen. Wir sind jemanden bei Erlebch von這邊. Wir helfen uns alle, und eben auch immer noch zu Import. Wir sind wohl nicht nur da weg! Wir versuchen, den Schiffreger ausz 있어요, der gerade mandatory. Hier описании und vœuert wird nicht nur die crumbs. Wir versuchen zum Beispiel zuerstherein. Weil Generation des Schiffreger mega sinds. Ja, Commander, wir sind dabei. Für das Imperium! Die Taijäger befinden sich ganz oben, Commander. Das schaffen wir nur, wenn wir alle Rebellen am Boden aushalten. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Feuer frei!